Worauf legst du Wert in deinem Leben? Sind es äußerliche Glänze oder sind es Sachen, die nicht rosten und die in die Ewigkeit weitergehen? Die Kürze unseres Lebens lässt mich denken an eine Notsituation. Eigentlich du und ich, wir leben in einem Notfall. In einer Notsituation, wo wir jeden Tag etwas verlieren, was so kostbar ist. Wir verlieren unser Leben. Unser Leben wird kürzer, um für viele von uns eines Tages zu verschwinden. Und wir stellen fest, sogar der Sinn ist nicht darin zu finden. Es wäre nur schlau vorzudenken und nicht abzuwarten, bis wir erst in unserer Rentenzeit entdecken, dass dieses Leben und seine Angebote mich nicht glücklich gemacht haben. Unser Glück findet sich nicht in materiellen Sachen. Viele Menschen haben das Haus probiert und können es sicherlich bezeugen. Wenn sie etwas erreicht haben, finden sie es gar nicht so toll. Was bietet mir diese Welt an? Sie bietet mir schöne Autos. Für viele, sie sind der Meinung, diese Welt bietet ihnen Frauen. Für Frauen mag diese Welt eine Partnerschaft bieten. Aber all dies ist irgendwie sehr wackelig. Ist irgendwie sehr unstabil. Ist irgendwie sehr vermischt mit Egoismus. Was letztendlich uns enttäuschen lässt. Doch es gibt eine Entdeckung, die uns mehr und mehr begeistern kann. Weil sein Charakter ist unähnlich, unausforschlich schön. Und er kann mit uns so leben, dass wir immer aufs Neue begeistert sind. Jesus Christus ist die Quelle der Freude, die nie versiegt, sondern sich mehr und mehr vertiefen kann. Weil Jesus Christus nicht nur ein ewiges Leben anbietet, sondern, ich glaube, ein Leben, das immer glücklicher wird. Sei mit ihm, weil er mit dir ist. Diese Welt vergeht. Diese Welt bietet einen Spaß und eine Abfindung nur für kurze Zeit. Aber nicht für immer. Und vielleicht sind alle diese Angebote dieser Welt nur eine Art Ablenkung, eine nach der andere, unseren Blick nicht auf das Wesentliche zu richten. Aber das Wesentliche kommt und drückt näher mit jedem Tag an uns heran. Zusammen mit ihm, besonders in der Gnadenzeit, wo er dich formt, wo er dir Farbe verleiht, so dass dein Charakter fähig wird zu einem Himmel, wo nur Herrlichkeit, Güte und Glück herrschen. Es ist schon jetzt an der Zeit, einfach sich die Zeit zu nehmen, logisch zu denken. Wo kommt die wahre Bedeutung des Lebens her? Und wo findet das Leben seine Erfüllung? Wo werde ich meine Freude an dem Leben nie verlieren? Solche Antworten gibt es in der Heiligen Schrift. Und diese ist ein relevantes Buch für mich. Es beinhaltet einen Liebesbrief. Dort zum Beispiel erkenne ich, dass es zwei Personen gibt, die auf dieser Welt etwas mir anbieten. Letztendlich nur zwei. Die eine Person bietet mir Rettung von der Sünde an. Die andere Person bietet mir nur Materielles und Vergängliches. Sei es auch Vergnügen, was eigentlich aber nur eine Fälschung ist von etwas Wahren. Von etwas, was Gott als wahre Liebe geplant und herrlich gemacht hat. Ein Imitat. Ist etwas, was uns nur ablenkt und von dem Wahren abhält. Deshalb ist es so wichtig, sich nicht ablenken zu lassen. An diesen materiellen Gütern, an diesen Spaßangeboten und Vergnügungsgeschichten vorbeizugehen. Und direkt zu Jesus zu gehen. Weil wenn ich zu ihm gehe, erfahre ich etwas. Ich erfahre, dass er meinem Leben erst eine tiefe Dimension schenkt. Dass er meinem Zustand und meiner Verfassung erst so macht, dass ich das Leben wirklich wahrnehme, geniesse und mit Sinn in unserer Partnerschaft ausführe. Wir leben in einer Notsituation. Wir brauchen eine Rettung. Aber wenn wir die Notsituation erkennen, sind wir schon auf dem richtigen Weg, uns umzuschauen, wer eigentlich der Retter ist. Gibt es einer, der mir etwas anbietet, was mich davor schützt, dem Verwesen preisgegeben zu werden? Wir alle wissen, alles was wir machen unterliegt einem Zerfall. Wir selbst können Leben weder initiieren noch erhalten. Aber es gibt jemanden, der an unserem Leben interessiert ist. Der mein Leben gewünscht hat, einen Plan für ihn hat. Und er kann mein Leben erhalten und erfüllen. Dieses Leben erst zu entdecken, ist für viele von uns die größte Herausforderung. Weil in unserer Notsituation, obwohl wir eigentlich jeden Tag so viele Stunden zur Verfügung haben, hat der Teufel so gemacht, dass wir viel weniger Zeit finden, um überhaupt über diese wichtigen Themen nachzudenken. Jesus Christus dagegen wünscht sich die Möglichkeit, dass wir uns geben, über Leben und Tod, über Ursprung und Ziel unseres Daseins nachzudenken, damit er mit seinem Angebot an meine Herzenstür kommt und mir die Wichtigkeit von diesem Angebot klar macht. Wenn ich sein Angebot ignoriere, sage ich zum Leben Nein. Weil ich hatte dem Lebensgeber Nein gesagt. Und es gibt nur einer, der das Leben initiiert und erhalten kann. Das ist der Schöpfer selbst, der zu unserem Glück gleichzeitig auch unser Retter ist. Wende dich an ihn. Steig in ein Team ein, wo er der Leiter ist. Vertraue ihm, dass wenn du bei ihm einsteigst, er als der beste Pfarrer dich ans Glück, ans Ziel bringen wird, dort wo du zu Hause sein wirst. Umgeben von Personen und Wesen, die dich lieben. In eine Ewigkeit, in einem Paradies, wo du erst dein Glück entdeckst. Die Freude an einem Wesen laufen zu dürfen, das dich nur mit Liebe und Sinn überschüttet. Jesus Christus will dein bester Freund sein. Er, er allein ist der Prinz des Lebens. Er ist der Held und Retter. Nicht nur der Menschheit, sondern ganz konkret und persönlich von dir. Du bist herzlich eingeladen, deinen Platz in einem Universum einzunehmen, was ohne dich nicht das wäre, was es mir dir sein kann. Deshalb freue ich mich auf meine positive Entscheidung zu dem, der dich frucht und der an deine Herzensstür immer noch klopft. Jesus Christus, dein bester Freund. Ich lade dich ein, Jesus deinem Partner zu machen, weil er kann dir weit weit mehr anbieten, als diese Welt dir anbietet. Es steht geschrieben, was ein menschliches Auge nicht gesehen hat, ein menschliches Ohr nie gehört hat und sich ein menschlicher Verstand nicht ausmalen kann. Er hat Gott bereitet für die, die ihn lieben. Er hat das bereitet aus Liebe. Und er wüsst nicht, dass du auf seine Liebe ebenso mit Liebe antwortest. Weil nur in einer geteilten Liebe mit einer herrlichen Person findet sich wahres Glück. Und die herrlichste Person ist Jesus Christus. Also das größte Glück kann in ihm, in der Beziehung mit ihm gefunden sein. Und die gute Nachricht ist, dass diese Beziehung erst anfängt und die eines Tages kein Ende haben wird. Er wird für mich da sein. Jeden Tag. Er wird mich glücklich machen. Er will es und er wird es. Ich verlasse mich auf ihn. Er kommt für mich. Er kommt auch für dich, dich bald abzuholen. Sei bereit. Nutze die Zeit aus, dich darauf vorzubereiten. Unsere zwei Möglichkeiten sind ewige Freude oder ewiger Tod. Jesus hat gesagt, sammelt euch Schätze im Himmel, wo keine Rotten, kein Rost, keine Motten sie anfallen. Es heißt nicht, dass Reichtum etwas Schlechtes ist. Sondern es geht um Menschen. Wir sollen uns darauf fokussieren, Menschen zu retten. Menschen zur Hilfe zu sein. Dann ist der Herr mit uns. Und er segnet uns. Mit dem, was er uns gibt. Damit wir anderen dienen können. Der Herr lädt dich auf eine Feier ein. Die wird größer sein, als alles, was man sich ausmalen kann. Und du bist einer seiner Kinder. Du wirst einen besonderen Platz einnehmen, wenn du zu seiner Einladung Ja sagst. Sag Ja zu deinem Herrn. Und komm zu dieser Feier. Die findet bald statt, wenn Jesus Christus zum zweiten Mal wiederkommt und dich nach Hause nimmt. Sei dabei. ... Untertitelung des ZDF, 2020